Seitdem ich die Thera Pro verwende, muss ich sagen, kann ich erholsamer und tiefer schlafen, was sich bei mir natürlich auch auf die Leistungsfähigkeit tagsüber auswirkt. Auch bin ich krankheitshalber etwas beeinträchtigt und habe auch mit extremen Leberproblemen zu kämpfen. Dadurch merke ich auch, dass die Leber in der Nacht durch die Verwendung der Thera Pro Auflage extrem entgiftet wird und weiters habe ich auch noch an teilweise heftigen Nervenschmerzen gelitten, die ich mittlerweile durch die Thera Pro, welche ich seit März in Verwendung nicht mehr verspüre. Verletzungen habe ich mir auch einmal zugezogen am Fuß und da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich Leberlein habe, habe ich eine schlechte Wundheilung und durch die Thera Pro ist das eigentlich überdurchschnittlich schnell verheilt. Wer sich im Leben etwas Gutes tun will und sich etwas gönnen möchte, dem kann ich die Thera Pro Auflage nur weiterempfehlen.